Herzlich Willkommen! Ich bin gerade hier in München auf Kundenbesuch, nämlich ein Heilpraktiker aus München, der möchte gerne mehr Kunden über seine Webseite generieren und das möglicherweise über PPC, also Pay Per Click, also Facebook in der Regel. Und da habe ich natürlich hier eine einstündige und verbindliche gratis Beratungsstunde angeboten, die werde ich jetzt wahrnehmen. Und heute ist Samstag, also das war sogar der Vorschlag meines potenziellen Neukunden, dass wir uns am Samstag treffen, weil einfach unter der Woche wir beide so busy sind. Und da bildet sich natürlich Samstag, Sonntag super an und ich finde es immer klasse, wenn dann die Leute auch sich einfach am Wochenende dafür Zeit nehmen. Genau, und wenn das was draus wird, das wird eine sehr spannende Sache. Also ich persönlich finde Heilpraktiker einfach super. Prinzipiell bin ich da sehr dafür, eine Alternative zu diesem ganzen Apotheker-Kram, den man sich so reinkippen kann. Einfach Alternativmedizin ist super spannendes Feld und von daher bin ich auch extrem motiviert und ich freue mich auf diese Stunde. Und wenn sowas draus wird, dann halte ich euch auch auf dem Laufenden. Also dann bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein. Ciao.